Eines Tages flogen die Freunde zu einem Planeten, auf dem kleine grünen Männchen lebten. Sie waren die am höchsten entwickelten im Universum. Als sie sich näherten, sahen sie, wie die grünen Männchen auf einer großen Plattform saßen und meditierten und sich mit der Energie der Sonne aufluden. Warum können irdische Menschen dein Niveau nicht erreichen? Das liegt daran, dass ihr gezwungen seid, die Körper von Lebewesen oder Pflanzen zu verzehren. Wir ernähren uns von der Energie von Sternen wie eurer Sonne. Der Teufel schuf die Krankheiten und Gott schuf die Pflanze aus jedem von ihnen. Und was erwartet die Erde? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017